Er schreit mit dem brandenburgischen Markgrafel, wie es er, Rathelon, 1394 durch seine Truppen besetzt. Damit die Tochter aber auch nicht erinnert werden, wir sind bei 1415. Friedrich von Hohenzollern besiegt die Traubritter. Anfang des 15. Jahrhunderts übernahm Kaiser Sigismund die Herrschaft über die Mark Brandenburg. Er sandte seine Träumgefährten Friedrich von Hohenzollern, um das Land wieder unter seine Herrschaft zu bringen.